Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Bayern-Präsident Uli Hoeneß wird am 24. Februar im Chat 24 Doppelpass zu Gast, sein Urheberrecht Sport 1 Montage, Getty Images 19. Februar 2019, 6.07 Moderator Thomas Hemmer begrüßt am Sonntag Bayern-Präsident Uli Hoeneß im Chat 24 Doppelpass. Als Sport 1 Experte ist Marcel Reif mit dabei.